Hallo, wir sind die Klasse 8b und wir als der Musikzweck haben in den letzten Tagen ein Lied erprobt, das wir euch heute gerne vorspielen würden. Ey Leute, das hat sich ja jetzt richtig schei-schlecht angehört. Woran kann das nur liegen? Unsere drei Instrumente sind anders bestimmt. Deshalb haben wir Musikzweck gelernt, die Noten dieser sogenannten transformierenden Instrumente so umzuschreiben, dass sie zum Beispiel passen. Dann probieren wir es halt noch mal. Ja! So kann man es lassen!